was geht ab freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf unserem kanal stickerpoint.de und wir eröffnen erneut glänzendes schicksal und zwar heute die letzten beiden die noch fehlen die pin kollektion von mortipod und die super süße denne pin kollektion ich bin sehr sehr gespannt was wir hieraus ziehen können ich würde sagen wir quatschen gar nicht lange um sondern starten direkt rein in die kollektionen zieh dich nicht so, geh auf. jawohl da haben wir schon die ersten drei booster die uns hier anlassen neben der wunderschönen mortipod promo karte das holofoil gefällt mir sehr das galaxy holofoil sehr sehr schön und ja nicht zu vernachlässigen die mortipod pin für die pinsammler unter euch und ja klar deswegen kauft man sich diese diese kollektion richtig in die booster glänzendes schicksal können wir scheinbar hier heute in den packs stehen ich bin gespannt ich bin gespannt freunde checkt auf jeden fall den shop ab und lasst gerne auch hier einen daumen nach oben da wenn euch das video gefällt und ja lasst ein abo da um kein video mehr zu verpassen wir gehen hier rein ins erste booster wir haben einen baldoin, rostiger schild, baut, sepeer, snomlom auf der parkbank, weberack und ich hab's schon getriggert wir haben ein riffx shiny full art riffx v shiny sehr geile karte sehr sehr cooles artwork und oh mein gott dahinter ein morpeko v wir haben hier quasi zwei hitze in einem booster sehr 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 geil und riffx v strahlt vor sich hin und das morpeko sieht ziemlich schlecht gelaunt aus würde ich mal sagen aber das ist wirklich weltklasse im ersten booster zwei hits zu ziehen weltklasse und dann auch noch ein riffx sehr sehr geiles pokémon finde ich persönlich freue ich mich da freue ich mich und ja morpeko natürlich auch super cute ich habe auch so ein bisschen das gefühl dass morpeko dass dieses set so ein bisschen auf morpeko ausgelegt ist vielleicht werdet ihr es in diesem opening auch noch erleben aber wir haben tatsächlich fünf verschiedene morpeko karten in diesem set zwei normale comments dann haben wir das shiny morpeko das kleine shiny morpeko und morpeko v und v max ja kann man mit leben denke ich passend zum thema morpeko eine elektroenergie dann haben wir valwi arboretos rustiges schwert kupffanti kameabs tusca morpeko wie bereits erwähnt snomnom oh wir haben wir haben eine shiny wir haben eine europa schleife wellenplatscher ist es mutti neva suikun shiny sehr sehr geil oh mein gott eins der drei legendären katzen pokémon in shiny und dahinter eine weitere katze als holo suikun shiny suikun shiny sehr sehr geil oh wie schön diese karte aussieht suikun ein sehr geiles pokémon feiere ich persönlich mega mega sentry in der karte ist leider echt bad aber nicht schlimm nicht schlimm wir haben einen shiny gezogen die zweite die zweite in dieser in dieser kollektion die gönnt mortipod gönnt uns mal schauen ob das letzte pack auch noch gönnt mal schauen ob das letzte pack auch noch gönnt mal schauen ob das letzte pack auch noch gönnt und schaut doch mal was uns hier anlacht ein super süßes morpeko schau wir mal rein wir haben hier eine psychoenergie ein kotomi das rostige schwert baldwin morpeko kam ich hab's kotini evoli kleptifux und another shiny oh katapultra auch ein sehr geiles shiny pokémon und dahinter ein celebi katapultra ein shiny sehr geil das katapultra v shiny kriegt man ja als promokarte kann man so glaube ich nicht ziehen in dem set aber das sieht auch wirklich mega cool aus oh mein gott was war das für eine kranke pin kollektion das war ja wirklich wirklich krank von dem puls her mal gucken ob das super süße dedenne da überhaupt mithalten kann dann ähm schauen wir mal schauen wir mal das überhaupt zu übertreffend ist ähm so dedenne da musst du jetzt aber hier mal richtig gönnen also da musst du dich ein bisschen anstrengen um da mithalten zu können also also von den promokarten her bin ich ganz klar im team dedenne ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich bin da ganz klar bei der kleinen elektromaus dedenne ähm und bei der pin ja sorry das ist halt wirklich süß da kommt halt ja keine keine fliegende teelkanne dran tut mir leid so booster technisch könnte es natürlich kritisch werden für den den mod hat gut vorgelegt ähm schauen wir mal wir haben hier eine unlichtenergie die die arena trainer tropius bojelin bojelin bauts knacklion smogon shinox bamlin janma reverse und ein und ein und alleine durch dieses booster hat die denner eigentlich schon verloren die denner du hast nur noch eine möglichkeit bringt uns das shining jura das shining jura und ich nehme alles zurück mal schauen wir haben eine pflanzenenergie ein urgel schimmsticks baldwin kleptifux amelin morpeco evoli im wasser bauts pikulente shiny die sieht ja auch wirklich süß aus eine pinke badeente kann auch nicht viel außer flattern und flattern macht 20 schaden macht schon mal mehr schaden als carpador und dahinter wieder selebi pikulente shiny sehr süß komm schon ich brauche einen sleeve wird direkt eingetütet und kommt an die seite so eine chance haben wir noch auf das auf ihn den big boy shiny glurak ist der in diesem set also ja ist es in diesem booster das shiny glurak hier gerade nach vorne wir haben eine pflanzenenergie luxion tuch von team arena trainer mopeco snomnom auf der parkbank sepa kleptifux ein evoli ein evoli reverse das war es mit der chance auf glurak und wir haben noch einen volkan zum abschluss aber trotzdem sechs booster absolut kracke hits kann sich sehen lassen ein fuller shiny gezogen sehr geil wenn auch ihr glänzendes schicksal öffnen wollt stickerpoint.de abchecken dort findet ihr produkte dazu wenn noch was da ist wenn nicht schon wieder alles ausverkauft ist weil die mengen sind echt begrenzt deswegen schnell sein schnell in die video beschreibung den link anklicken und nachschauen ob noch was da ist ich bedanke mich sehr dass ihr bis zum schluss dran geblieben seid bis hierhin wünsche euch noch einen schönen tag und würde sagen bis zum nächsten video ciao